Ich dachte, dass wir das Duell werden zwischen Thiago Apollonia und Ruben Filos und die Spannen. Das ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt. Ich bin mit dem Vorhandschuss vollendet. Ein sehr moderner Abwehrspieler, der vorhand eigentlich nur angreift. Mit Qualität auf den Tisch zu spielen. Was für ein... Das Spiel direkt im ersten Satz. Und dann spielt noch der TDC-Zuggericht Rensau gegen den Posse. Die Hand holen Filos. Weder kein Stumperloch Thiago Apollonia in diesem 2.90. Die Hand holen Filosof. Die Hand holen Filosof. Die Hand holen Filosof. Die Hand holen Filosof. Was für ein Ball, wenn es hier wieder... Jetzt mal etwas hotter gezogen. Und den zweiten Lütze direkt wieder viel Schnitt in der Abwehr von Ruhem Fühler. Das ist somit noch ein Spielstand, 2 zu 0. Und jetzt... Noch diesen Punkt. Und jetzt... 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 Und jetzt...